Es ist Zeit für die Happy Monster Band Welttournee! Ist das zu fassen, Raoul? Wir sind in Frankreich, in Paris! Voila, voila! Genau, Rock, deshalb sagt man hier auch Ohlala, Ohlala! Lala, hä? Blues! Ohlala heißt in Frankreich so viel wie Wow! Französisch ist eine wundervolle Sprache, Ui! Ui? Hä? Das bedeutet hier Ja! Ohlala, den Hut finde ich gut! Den nennt man Baskenmütze! Ui, ui! Diese Baskenmütze ist, ist, ist monstastisch! Fragen wir das Monster, wo es hin will! Schnell, hinterher, los! Frankreichs Hauptstadt heißt Paris, man nennt sie Stadt des Lichts Und durch die Stadt, da fließt die Seine Paris, vergisst man nicht! Es gibt die besten Speisen und Kunst an jedem Eck Das schönste Schloss hier heißt Versailles und das ist nicht weit weg Und der Blick vom Eifeldom auf Paris ist wirklich wundervoll Wir sind in Narte Triumph, essen Croissants, ja eine Reise nach Frankreich ist toll Bonjour zu Mona Lisa, in Frankreich heißt das Hallo Sie lebt in Louvre und sie lächelt glücklich und ist froh Zu all den vielen Bildern kommen Besucher jeden Tag Die ganze Welt will Lisa sehen, weil Lisa jeder mag Und der Blick vom Eifeldom auf Paris ist wirklich wundervoll Wir sind in Narte Triumph, essen Croissants, ja eine Reise nach Frankreich ist toll Ich esse gerne Früchte in einem dünnen Crepe Das ist ein leckerer Pfarrhandkuchen, wie ihr hier gut seht Es gibt süße Pralinen und andere Leckereien Was für Brot isst man hier? Das Spaget muss es in Frankreich sein Und der Blick vom Eifeldom auf Paris ist wirklich wundervoll Wir sind in Narte Triumph, essen Croissants, ja eine Reise nach Frankreich ist toll Da ist es Raoul, da im Café Das Monster mit der Baskenmütze Schnell bevor es weiter geht Los kommt Pardonnez-moi Monsieur, Verzeihung, darf ich Sie was fragen? Wo haben Sie Ihre Monstermütze her? Sie ist umwerfend, monstermäßig Meine Baskenmütze? Oh, die habe ich schon sehr, sehr lange Ich weiß gar nicht mehr, woher genau Och Mann, ich wollte auch so eine haben Bitte, nimm die ihr, mon ami, mein Freund Sie wollen sie mir schenken? Das gibt's doch nicht Du hast mir diese wundervolle Musik geschenkt Also schenke ich dir jetzt diese wundervolle Baskenmütze Merci Sie sind der Beste Die ganze Welt ist voller neuer Freunde Und ob nah, ob fern, sie teilen gern Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020